Ich habe Frank von Anfang an gesagt, dass ich nur eine Affäre will. Da kann ich jetzt nicht plötzlich mit Gefühlen kommen. Ich muss erst mal rausfinden, ob er das genauso sieht. Äh, so? Sorry. Oh. Sieht genauso heiß aus wie das Teil bei uns im Bad. Das war allerdings weder von dir noch von mir. Sondern von Josephine hat sie einfach so bei uns in der WG liegen lassen. Das war neulich einer, als wir Nachtschicht hatten. Da sollte Lewandowski auf Emil aufpassen. Was macht er stattdessen? Hat Damenbesuch. Ich dachte, die beiden gehen nur frühstücken. Das dachte ich auch. Sag mal, kann es sein, also so rein theoretisch, dass du ein klitzekleines bisschen eifersüchtig bist? Ich, eifersüchtig. Beeil dich, Mann.